Zu der absoluten Weltpremiere von diesem Biervideoclip, den wir mit euch drehen durften. Ich möchte die Gelegenheit auch noch nicht nutzen. Und zwar so etwas, wie es eigentlich dazu kam. Die Idee ist eigentlich vom Bulli-Räsli gekommen. Und zwar kam er einmal über einen Hof zu laufen und sagte, er hätte eine gute Idee. Er hat einen Biersong geschrieben, den wir dann einmal fünf Minuten nach Hause gekommen sind. Und dann sind wir dann zu hören und ich fand, das ist super, dann müssen wir irgendwie etwas machen. Und so gab es ein bisschen ein anderes, weil der Räsli Florian Weiss kennt, der Filmregisseur ist, wo man einmal die Muslim-Videos auch produziert hat. Und so gab es eigentlich ein bisschen ein anderes. Eigentlich wollte man den Film nachher schon zum Jubiläum drehen. Das hat sich nur so ein bisschen zerschlagen. Und das ist auch ein Jahr später realisiert worden. Und ja, jetzt wäre es soweit, dass wir dann abspielen können. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal allen danken, die irgendwie in irgendeiner Form mitgemacht haben an diesem Film. Besonders eben an den Bulli-Räsli, der den Text geschrieben hat. alle die Musiker, die auch mitgemacht haben, in diesem Musikclub. Es sind auch verschiedene Musiker, verschiedene Bands. zu einem Blasmusik-Bohr, der auch mitgemacht hat. Und natürlich auch bei anderen professionellen Schauspielern, Musikern wie Pascal Thusset, der mit dem Buri Réfi zusammen Quasvis darstellt, kann man sagen. Und natürlich alle, die hier drin sind, die in irgendeiner Form geholfen hat, vor oder hängender Kulissen, dass der Videoclip nicht sich zustande kommt, dass man das heute einfach anlegen soll. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei der Weltpremiere. Das ist genau die Nachteiligkeit. Untertitelung des ZDF und ZDF, Was ist denn da und laut mir, schmankt und blond und lank? Ich schaue zurück und werde verstehe und nicht mehr so in die Hände. So kühl und frisch und zise kalt, die Stange, die auf dem Tresen steht. Ich hau so öfter, ich stehe in die Stadt, ich frage mich auf das Gate. Ich frage mich auf das Gate. Hopfen mal zu Wasser, und Wasser macht's gelassen. Wasser mal zu Hopfen, und Rudi wird betroffen. Wasser, Hopfen, Malz. Wenn Sachen braucht's, und hauenfalls. Duft den Tiefen, und wir drehen eine Bauerei. Und wir drehen eine Bauerei. Es gseht so schön aus in dem Platz. Ich frage mich eng, wie macht noch das? Was ist gut? Ich frage mich auf den Kopf, Wasser, Malz. Komm, das muss doch nur ein Cremes haben. So einfach kann doch das nicht gehen. Wir kommen von einem Brauern, wir sind ein Häger-Geslaw. Wir, ein Brauern, sagen wir mal, ist das etwa wahr, in dem Fall? Du brauchst von so etwas Feins, du brauchst von Gott und Röppes Reins. Über drei Sachen und die Bier, wo plötzlich durchsteht, vor dem ein Tier. So einfach kann doch das nicht gehen, isch kann ich noch höchst mit Brauern an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020